Pizza, Sofa, der richtige Film. Mehr brauche ich jetzt nicht. Aber bitte nicht schon wieder Norton Hill. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich muss YouPrint einfach anschauen. Er ist doch so heiß und außerdem legt mich das von Gregor ab. Okay, das ist ein Argument. Hey, ihr kommt gerade richtig. Hey, was ist? Gehst du mal weiter? Spinatlasagne. Reicht locker für uns alle. Ich hole noch Besteck. Gut. Danke, das ist ja toll. Wir haben auch richtig Coolen am Fuß gebracht. Ich, ich esse besser nicht mit. Hey, Gabi. Wir können doch auch den Film danach bei mir im Zimmer gucken. Nein, nein, wirklich, ich kann nicht. Ach, was? Ich kenn doch den After Shopping-Programm. Sofa, Pizza und Norton Hill jetzt. Setz dich schon hinten. Ich kann nicht. Ich muss gehen. Sofa, jetzt legst du dich erstmal schön hin. Ja. Ach, Christian, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du so schnell kommen konntest. Ist doch klar. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, vielleicht. Nein, danke. Du hast wirklich schon genug getan. Außerdem, Charlie ist ja da. Sagst du nicht, Oli wartet? Ich, ja, okay. Falls noch irgendwas ist, sag einfach Bescheid. Ich bin drüben, ja? Danke, Christian. Halt die Ohrenstreifen. Danke. Cool, dass du da auch noch gekommen bist. Klar. Kann ich doch nicht hängen lassen. Ach, Mann, verdammt. Wie geht's eigentlich, Stella? Also, ganz ehrlich, ich glaube, mir geht's schlechter, als sie zugibt. Aber zum Glück ist der Charlie bei mir. Ja, zum Glück. Haben dir die Typen inzwischen eigentlich gefasst? Sie sind ja am helligsten Tag überfallen, namens E3. Und? Wer will als erstes gegen Judith und mich verlieren? Gegen mich spielst du besser nicht. Ich bin mit dem Gerät aufgewachsen. Und ich vielleicht nicht, aber mit dir. Länerin holen, das sollst du spielen. Oh, nee. Ihr habt uns sowas von versenkt. Ja, ich meine mich daran erinnern zu können, dass wir ziemlich jeden Durchlauf gewonnen haben. Aber haus auch. Ja. Komm, gib's doch zu. Ihr war doch damals gedobt. Ach, gib die Stühle. Doped. Mit einem halben Liter Glühwein-Doping-Dance. Okay. Wir haben uns heute spielen ein bisschen aufgewärmt. Okay. Wer spielt mit wem? Die Unzertrennlichen. Ey. Was sind wir denn dann bitte, hm? Das alte Ehepaar. Ja, Rebecca und ich. Der Zicken-Terror. Was? Ja, und wir natürlich. Was? Ich weiß nicht, ich hab das noch nicht gespielt. Was hast du denn gespielt? Ein Bridge. Ein bisschen Schach und Kanister. Okay. Das ist Teil der Ahnungslosen. Was kommt hier? Nein, 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 nein. Ja! Tor war Tor. Du musst nicht verhalten. Es kommt doch uns alle. Und sowas lernen wir beim Bridge, oder wie? Nein. So viel Glück und Zufall gibt's gar nicht, Naturtalent. Nein, das ist das bürgerlich-adelige Dream Team. Die perfekte Symbiose. Ja, ist ja gut. Jetzt 9 zu 7 für die Ahnungslosen. Jetzt, wenn ihr noch einen kassiert, dann ist Schluss. Das wisst ihr ja. Stapeln darfst du jetzt. Weißt du Stapeln? Ja. Oh Gott, das ist irgendwie... Ich spann euch da an. Stapeln darfst du nach jedem Torwart zuhören. Das heißt, du... Der Torwart muss wagengerecht sein. Dann legst du den Ball hier drauf und dann luchst du ihn einfach noch rüber. Das war der Hammer. Das hab ich noch nie geschafft. Noch nie. Wie sieht denn die Tabelle aus? Das Teil der Ahnungslosen hat sich ganz schön nach vorne katapultiert. Vor die Unzertrennlichen und das alte Ehekreis auch hinten. Aber ganz weit abgeschlagen, der Zicken-Terror. Ja, ja, hey. Sorry, es liegt an mir. Ich hab heute einfach keinen Drive. Los! Mal runter. Du bist bei einem Wunder. Ein Wunder. Ein wunderbares Wunder war es. Es war reiner Zufall. Aber jetzt zehn Mal im nächsten Turnier bekomm ich keinen einzelnen Ball ins Tor. Aha. Aber es macht so viel Spaß als Bridge im Kanister. Ja, auf jeden Fall. Ich werd jetzt nur noch mit dir spielen. Stimmt so. Alles klar. Danke. Tschau. Und? Wie geht's hier? Gar nicht gut. Ich fühlte, das wird noch eine Zeit lang dauern. Wenn ich sie nur nicht im Stich gelassen hätte. Ey. Es war nicht in Ordnung, dass du sie angelogen hast, aber... Ich mach mir die schlimmsten Vorwürfe. Ach, Quatsch. Passiert wär das trotzdem. Außerdem, Stella ist tough. Die steckt sowas weg wie ne Mann. Was machst du jetzt? Ich meine, eigentlich wolltest du dich doch verändern. Von ihr trennen? Kommt gar nicht in Frage. Solange sie so schlecht drauf ist, muss ich ihr doch beistehen. Tschau.